Volker Probst streift sich die weißen Handschuhe über und öffnet eine kleine Schatzkiste. Zum Vorschein kommt ein Brief, den Ernst Barlach am 30. Januar 1930 an die Hamburger Rederstochter Lola Jake Möller schrieb und indem er zum Tod ihrer Mutter kondolierte. 30 Jahre zuvor hatte der junge Barlach mit der Familie zu tun. Als der Sohn Walter des Reders Gustav Möller 1900 im Alter von 24 Jahren bei einem Schiffsunglück ums Leben kam, beschloss die Familie die Errichtung einer Grabanlage auf dem Friedhof Hamburg-Ulsdorf. Die Wahl, den Auftrag auszuführen, fiel auf den jungen Künstler Barlach, der in seiner Geburtsstadt Wedel wohnte. In dem Brief erinnert er sich sehr lebhaft an diese Zeit und schreibt, Es ist, denke ich, so, dass die frühen Jahre einem gegenwärtiger sind als die späteren, oft näheren. Wenigstens mir geht es so. Diesen Brief, den die Stiftung seit 2001 als Leihgabe im Bestand führte, überließen die Besitzer der Güstrower Einrichtung nun als Schenkung. Also unter den unveröffentlichten Briefen, die wir noch im Archiv haben, ist dieser Neuzugang von 30. Januar 1930 ein wesentlicher Brief, denn in Barlach reflektiert als 60-Jähriger nochmal seine Frühzeit in Altona, in Wedel und dann auch die Reisen nach Italien und Russland. Und kommt aber zu dem Schluss, dass der Auftraggeber, der Reder Möller, großes Vertrauen in den damals 30-Jährigen gesetzt hat und ihn mit einer repräsentativen Grabanlage beauftragt hat, die ja heute noch, wir sind sehr glücklich darüber, auf dem Olsthofer Friedhof in Hamburg zu sehen ist. Der Brief wurde übrigens erstmals in der Ausstellung »Wege und Wandlungen – Vom Jugendstil zum Expressionismus« der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt schrieb Barlach über 2000 Briefe, von denen ca. 1500 von dem Herausgeber Friedrich Drohs publiziert wurden.